Neben mir steht jetzt Lena vom Management des BMVA und ich frage Sie gleich mal, drittes Jahr ist es jetzt, wie viele Teilnehmer haben wir dieses Jahr denn? Wir haben 130 Nominierte insgesamt und wir hatten aber Bewerber zwischen 300 und 400 Videos, sind insgesamt eingeschickt worden. Und die Reichweite der Videos aus den letzten Jahren, kann man schon sagen, dass es eine größere Reichweite dieser Leute erreicht hat, nachdem sie hier diesen Award bekommen haben? Teils, teils. Also die Gewinner der letzten Jahre sind immer schon etwas bekannter gewesen, muss man dazu sagen, also bekannter in ihrem bestimmten Metier. Es ist so ein Geben und Nehmen, dadurch, dass wir auch noch ein sehr junges Festival sind, also erst im dritten Festivaljahr, ist es ein Geben und Nehmen. Also die Künstler werden groß, wir werden größer.